Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutchenla und herzlich willkommen für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und wir wollen mal reingucken, was ich heute so drin habe. Ich hoffe doch vielleicht mal ein Z-Item oder eine Waffe oder ein vernünftiges Trinket, sowas in die Richtung. Und ja, gucken wir mal rein, was sich im Moment so auf jeden Fall brauchen könnte. Ich hoffe, dass nicht wieder eine Brust drin ist. Ich habe ja letzte Woche schon die Z-Brust verschmäht, weil ich die ja hier upgraden will. Ich hoffe auch, dass kein Ring drin ist, weil Ringe habe ich schon relativ weit oben. Ich habe jetzt auch Handgelenke schon mit guten Stats abgegradet. Waffe wäre nice, wenn ich was mit Versa kriegen würde. Und ja, schauen wir mal, was drin ist. Ich habe, glaube ich, im Moment auf DD stehen. Ich brauche zwar einen Tank Trinket, einen DD Trinket. Jetzt gucken wir mal, was so rauskommt aus der Nummer. Oh, wir haben einen... Es hat schon wieder eine Brust drin. Und einen Umhang mit halbwegs okayischen Stats. Okay, ich glaube, das ist ein No-Brainer. Ich habe jetzt dreimal hintereinander eine Brust bekommen. Das kann ich bei mir noch nicht erzählen. Ist das dieselbe, die ich schon anhabe? Nee, das ist eine andere. Die hat aber genauso Kack-Stats. Also, ich weiß auch nicht. Ich kriege irgendwie immer eine Brust raus. Zum Glück habe ich zumindest vier Keys letzte Woche gemacht. Kann ich den Umhang nehmen? Der ist soweit ganz okayisch. Der hat nämlich großen Versa-Stat drauf, kleinen Tempo-Stat. Ich kriege auch einen 16er-Key. Wunderbarst. Und dann können wir den doch gleich mal anlegen. Und ich würde sagen, den verzaubern wir auch gleich mal. Dann sieht das doch hier ein bisschen schöner aus. Zwecks dem Item-Level. So. Jetzt gucken wir mal. Also, den hier, den kann ich dann weghauen. Warte mal, ist das derselbe, wie den ich vorher hatte? Ah, ah, okay. Das ist derselbe, den ich vorher hatte. Ich glaube, ich haue auch wieder. Oder was haben wir dann an Unhang versetzt? Ich hatte vorhin Geschwindigkeit drauf. Ich habe das, glaube ich, für Arena benutzt. Jetzt müsste ich mal gucken, was es eigentlich noch so alles gibt. Gut, ich könnte auch Vermeidung nehmen, ne? Geschwindigkeit gibt's. Lifestyle. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Vermeidung ist eigentlich auch nicht schlecht. Oder Lifestyle, ne? Ja, komm, nee, wir nehmen mal den Speed-Umhang wieder. Keine Ahnung. Vielleicht bringt's ja ein bisschen was. Jetzt sind wir einen Ticken schneller unterwegs. Lifestyle wäre wahrscheinlich auch ganz cool, ne? Vor allem das Tank kriegst du ja doch auch öfter mal ein bisschen auf die Schnauze. So, okay. Jetzt weiß ich aber, dass ich auf jeden Fall mein Second Legendary nicht auf den Umhang drauf basteln werde, wenn ich jetzt da schon halbwegs Okay schon habe. Und ja, mal gucken, wahrscheinlich gehe ich jetzt auf die Heißkette oder so. Mal gucken. Gut, das war's eigentlich schon wieder mit dem kleinen Opening. Mit dem Set war's auch diese Woche leider nix. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr so rausgezogen habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Äh, ciao. Bis zum nächsten Mal.